Bleiben Sie zu Hause. Ihr Telekom-Techniker wird zwischen 12 und 16 Uhr da sein. Dann schauen wir doch mal. Hört mich ja noch ein bisschen hin. Mal gucken. Bleibt doch länger hell heute. Von daher ist das nicht so tragisch. Können wir gleich nochmal rausgehen. Ganz gucken, wann der Folie vorbeischaut. Check es.